Musik 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 Hund Ah! Arm! 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 Ich brauche Hilfe! Ja, soll ich helfen? Ja! Bitte bitte! Mund interactions! Ah, das ist ganz gro равно! Da ist riesig! Ui! Nieslich auf mich! Ich mache es nur auf. Deswegen kannst du gleich weitermachen. Habt alle keine Geduld. Guck, kann knuddeln. Oh! Da steht was. Oh, Noppis und Fabiana. Liebster Noppis. In die große Tasche für die liebe Babi. Große Tasche! Große Tasche! Nee, oder? Große Tasche! Stopp! Ich schneide nur auf. Wir müssen jetzt überlegen, mit welcher Reihenfolge wir was aufmachen. Ja, ich weiß nicht. Für wen ist das? Weiß ich nicht. Ich glaube, das soll nicht reden. Warte. Da steht drauf. Ach so. Für Fabiana, Prinzessin des Kultkoffers. Kultkoffer steht da. Kaff, Kultkaff. Soll ich jetzt andere aufmachen? Ja. Kultkaff. Da steht. Für Noppis, Mausezahn, das größte aller kleinen Schweinchen. Machen wir das erst aus. Kultkaff. Kultkaff. Und mal aufschneiden. Zack. Zack. Kultkaff. 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 Oh, da steht noch was. Schweine gerecht verpackt. Achtung. Hier bitte vorsichtig öffnen. Oh, yes. Dann nehmen wir zu. Ich schneide es dir auf. Aber vorsichtig. Ja, ganz vorsichtig. Guck einmal. Zack. Ich bin mit der Schere groß geworden. Weißt du? Ja, aber mein Rüffel ist ja auch. Malte auf, meine Schere. Vorsichtig. Ja, ist ja. Ratsch doch an. Nicht mit der Schere rein. Doch, doch. An ratschen. Du hast keine Ahnung. Messer brauche ich. Ich bin mit der Schicke. Ein Messer. Kannst doch die Schere wie ein Messer nehmen. Nee, die ist stumm. Das ist eine Scheißschere. Entschuldigung. Sag mal. Das gucken auch Kinder. Etwas sowas. Jetzt habe ich. So. Ich mache ja nichts weiter. Wow. So. Jetzt darfst du es aufmachen. Oh. Oh, meine Güte. Ist sie wunderschön. Ist sie nicht wunderschön? Original Sale. Eine kleine Tasche. Was ist das? Futter. Futter. Nee, oder? Kress. Für die Hühner. Nein. Für die kleine Streu. Ach, die. Eine No-Fisch-Tasche. Ach so, was? Extra nur für mich. Wie ist das tatsächlich? Das ist eine No-Fisch. Echt wahr? Kann ich die noch eins nehmen? Nein, Gott. So, die hier in den Weg. Und Papa. So, und jetzt das? Pfeffer. Schon wieder öffnen. Oh. Hier steht auch dasselbe. Vorsichtig. Schick. Das ist eine ganz kleine. Das ist eine ganz kleine. Ja, die hat man dann eine krelle Streu gekriegt. Sie kam. Eine No-Fisch-Tasche. Von meinem Lieblingstabon. Mein Lieblingstabon. Mein Lieblingstabon. Danke schön. Huf, huuf, 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 huuf. Was ist da drin? Ich weiß nicht. Da steht auch vorsichtig öffnen. Also das machen wir jetzt. So. Halt. Halt. Oh je. Nein. Das macht ihr noch aus. Ja, ja, ja. Ich will ja nur hier. Oh, die Seite. Das. Moment, so. Hup? Hup. Ah! Nein. Oh, lach. Nein. 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 Was? Sieht gewöhnlich aus. Es gibt's ja nicht. No, besorgte. Wir haben das gemeinsam gemacht. Guck, guck, guck. Nein, Mama. 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 Ich muss meine Koffe setzen. Oh, das. Und jetzt muss der Koffe aufkaufen. Nein, gar nicht. Ich muss gucken, was da alles ist. Nein. Hier willst du echt ausrechen. Ist das süß. Das ist der Sprachnuss da drin. Also, der Sprachnuss. Oh, super gemütlich. Die haben das wirklich toll gemacht. So gemütlich. Oh, die ist wunderschön. Wunderschön. Hinten ist auch noch eine ganz Tasche. Oh, wie nah ist es hell. Guck mal, noch eine Tasche. Da ist noch ein Gugloch drin. In der große Tasche für die liebe Fabiana hat Stefan extra ein Luftloch gelassen. Ja, da. Guck da. Damit du schnaufen kannst. Aus der anderen Seite auch. Vorne. Vorne ist ein Gugloch. Da auch. Ja, das ist ein Gugloch. Ein Gugloch. Ja. Wir hoffen, ihr habt rein und sie gefallen euch. Wir wünschen euch super schön kuschel-flauschige Weihnachten. Und viele liebe Menschen und Mäusen. Viel lecker essen und tonnenweise Käselöcher. Vielen Dank auch für dein tolles Geschenk. Ja, ich habe auch ein Geschenk gegeben. Wir waren entzückt. Dicken Rüsselknotern dich und Drücker und Bussi an Fabiana und ihre Liebe. Nein, die haben schon was los. Deine Regina und Stefanie. Süß, süß. Aber hallo. Danke, 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 danke. Und ihr macht es. Also nochmal, nochmal, das weiß ich nicht. Das, 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 das. Noch was. Hat auch noch jemand abgegeben? Oh, yes, ist es noch. Kriegst du einen Lutscher? Nein. Nein, kein Lutscher. Kannst ja nicht lutschen. Da ist es ein Buch für Körperträger. Vielleicht, ja. Was würde es sein? Ich habe eine Idee, was es ist. Ich habe eine Idee, was es ist. Was denn? Habe ich mir gewünscht? Was hast du dir gewünscht? Halme aus. Sag doch mal erst. Sag erst, hast du dir gewünscht? Ein Voodoo wie Noppels. Ein was? Ein Voodoo wie Noppels. Ein Smoto. Nein, ein Voodoo. Was ist denn das? Ein Voodoo wie Noppels. Bitte lass es ein Voodoo wie Noppels sein, bitte. Ein Voodoo wie Noppels. Soll ich das machen? Du machst auch. Okay? Achtung, 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 Achtung. Ein Säckchen. Was steht das für fröhliche Weihnachten, die Voodoo wie Noppels. Ich hoffe, du hast ganz viele tolle Geschenke bekommen. Bis bald, deine Sarah. Natürlich habe ich viele. Hör auf, hör auf, hör auf. Nein. Guck mal. Hör auf, hör auf. Ja, hast du das gemacht? Meine Lieblings-Sahra. Hä? Sarah? Ja, guck mal, der hat sogar meine schicke Weste an, oder? Ja. Ach, die, die kleinen Puppen macht. Ja. Nein, das musst du dir anhängen. Mit Schlüsselanhänger. Ja, hier dran. Da ist aber so dein Wann. Mit Schlüsselanhänger. Da, da. Wo? Da. An dem Stock. Ach, krass. Nee, oder? Da. Mit Nasen. Wo ist er? Zeig ihm, die Noppels. Guck doch mal. Zeig ihm doch mal. Das ist ja total süß. Oh, wie ist er? Ach, ich halte ihn. Ich halte ihn. Ich halte ihn. Achso, Entschuldigung. Nein. Wie kann man, 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 wie kann man? Und wo du, wie noch das? Wo die Wut. Wo du wie du? Oh, wo die du wie du? Das ist deine Vokabel des Paares. Du musst dich in jede Silbe reinknien. Wo du wie du? Da ist die dolle Sarah, die mag Modo wie Durst. Mit einem Modo wie Noppes. Hast du das Ringelchen drauf? Herr von Mausezahn, Herr Noppes Mausezahn, guck mal. Ein Brief. Ja, aber das gehört zu dem Päckchen. Können wir davon die Tasche machen? In die Tasche? Drei Mal. Das sind die kleinen Päckchen. Aber das Päckchen. Ja, 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 ja. Ich weiß von denen das ist. Nein, ich aber nicht. Bitteschön. Päckchen. Oh nein. Ries erst mal. Nein, dann weiß ich ja schon was drin ist. Ach so. Was ist das denn? Schuhe. Löschi-Sackchen. Es ist klinisch. Die klinisch. Die klinisch. Und? Es hat so viel Herzblut. Ein Glücksklee. Kann man das da? Kann man sich irgendwie anerkennen? Hä? Entschuldigung. Und das kenne ich. Das kenne ich. Oh ja, auch ein Millimeter. Damit du immer mal messen kannst. Oh ja, oh ja, oh ja. Aber die Schüchen. Kannst du mir die anziehen? Die sind gekauft, darf ich. Ja, aber wie? Aus die Karten. Haben wir? Aus die Karten. Oh nein, oder? Wie oder? Es gibt ein Mäuschen drauf. Damit du keine dreckigen Socken hast. Ach so, die Socken haben wir alles. Buch von meiner Lieblingsklappe. Nein. Der Weihnachtsmann war noch mal bei mir und hat mir für dich Schenke mitgebracht. Mäusen socken. Damit du Zeit halten und überkriegst. Und du an deine Familie denken kannst. Immer wenn sie rascheln. Die rascheln nämlich. Ne, rasseln. Ja, die klappert. So eine Raschelrasseln. Die Klappern, die Klappern. Für Glück in 2018 und noch einen Zollstopp zum Nachlässen, wie lange wir uns nicht gesehen haben. Hoffentlich passt der in ein Video. Vom Weihnachtsmann ganz liebe Grüße und von mir auch. 1.000 Drücker und Herzhofer. Schau dir. Oh, danke Claudia. Vermiss dich auch schon ganz schön. Da ist noch was. Da ist noch was. Mein Gott, die ganze Nachbarschaft. Nein, das kann mit der Kopf. Verstehe ich auch. Finde ich auch gut. Oh, so eine Bilderkarte. Von den Kindern. Von Kindern. Wo du vorgelesen hast. Ja, nein, das ist von meiner liebsten Lisa und meinem liebsten Toni. Oder? Frohe für Weihnachten. Schöne Festtage. Und, was? Und ein gutes und gesundes neues Jahr 2020. Oh, danke Lisa und Toni. Nein, da ist noch was. Das war jetzt aber nicht das für dich. Aber du führst jetzt den Lieferstand statt. Das? Ich bin hier noch. Ach, da hast du noch was. Das ist mit viel langer Herz für dich gebastelt drin. Persönlicher Butterbrot-Tüten-Weihnachtsstern für Noppet. Von meinem lieben Freund Rosa Schumpf. Oh Gott, der kann das mal ab an. Der ist da. Der ist selber gemacht. Ja. Mein Freund Rosa Schumpf. Kann mit der Kost. Ja. 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 Ja.